Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagstutorial und heute möchte ich euch gerne zeigen, was ihr machen müsst, wenn ihr euren Hauptschlüssel vergessen habt. Zuerst geht ihr bitte in die Einstellung. In den Einstellungen wechselt ihr bitte unter Konto auf Anmeldung, Sicherheit und Hauptschlüssel. Nun werdet ihr aufgefordert, diesen einzugeben. Da ihr diesen aber vergessen habt, habt ihr nun eine Möglichkeit und zwar müsst ihr dreimal den Hauptschlüssel falsch eingeben. Ich werde euch das jetzt nun einmal demonstrieren. Einmal, zweimal. Nachdem ihr den Hauptschlüssel dreimal falsch eingegeben habt, werdet ihr nun aufgefordert, das Kennwort zu euren Gamertag einzugeben. Wenn ihr das korrekte Kennwort eingegeben habt, werdet ihr nun auf eine neue Seite geleitet. Nun habt ihr die Möglichkeit, einen neuen Hauptschlüssel zu setzen oder ohne ihn weiterzumachen. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn eben so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Hauptschlüssel haben, dann einfach damit in die Kommentare. Und mir bleibt nur wieder eins zu sagen, ich danke fürs Zuschauen, euer Hans ist raus. Cheers!